In diesem Quick-Tipp gebe ich dir fünf Tipps, wie du in Logic schneller Crossfades anlegen kannst. Crossfades brauchst du vor allem dann, wenn du zum Beispiel eine Gitarrenaufnahme oder du hast eine Aufnahme gemacht und die aus mehreren Takes zusammengeschnitten. Zum Beispiel drei, vier Takes mit einer Gitarrenaufnahme. Jetzt hast du die reduziert und hast die jetzt in der Spur und jetzt hast du eben Übergänge aus diesen verschiedenen Aufnahmen. Und dann können Knackser entstehen und die kannst du mit Crossfades zum Beispiel einerseits eliminieren. Oder du kannst auch die Übergänge ein bisschen unauffälliger machen, sodass das nachher alles wie aus einem Guss klingt. Ich weiß, dass sich immer wieder Leute beschweren, dass es schwierig sei in Logic mit Crossfades zu arbeiten und dass man keine automatischen anlegen kann, wie bei Cubis und so weiter. Aber so ganz hundertprozentig stimmt das nicht und deswegen zeige ich dir jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Gehen wir ins Projekt. Die einfachste, aber gleichzeitig auch langsamste Möglichkeit ist mit Sicherheit das Fade-Tool zu benutzen. Das findest du hier bei das Fade-Werkzeug. Hier kannst du dann einfach drüberziehen und hast jetzt hier deinen Crossfade eingezeichnet. Den kannst du jetzt auch hier wieder hin und her zeichnen, hin und her schieben. Das ist also alles möglich. Aber dazu musst du immer jedes Mal erst das Fade-Werkzeug einschalten und das ist natürlich sehr umständlich. Die zweite, etwas schnellere Möglichkeit ist der Tastaturkursbefehl Shift-Control. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Zeiger-Werkzeug ausgewählt und ich gehe jetzt hier auf Shift-Control und jetzt kann ich hier auch wieder Fades einzeichnen. Und kann die auch wieder hin und her schieben oder länger machen, breiter machen und größer machen. Wie gesagt, das ist ein kleines bisschen schneller und du musst nicht jedes Mal das Fade-Werkzeug auswählen. Eine andere Möglichkeit das Fade-Werkzeug zu vermeiden ist hier oben unter Verschieben der X-Fade-Modus. Wenn du den eingeschaltet hast, kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel Regionen übereinander verschiebst, legt er dir in diesem X-Fade-Modus automatisch jetzt hier Crossfades an. Dann, je nachdem, kommt auf die Arbeitsweise an. Manchmal ist das geschickt, manchmal muss man sowas machen. Das heißt, wenn du hier Regionen verschieben möchtest, aufeinander verschieben möchtest und möchtest, dass er dir da in diesem Fall dann automatisch Fades anlegt, dann ist dieser X-Fade-Modus auf jeden Fall eine gute Option. Wenn du schnell Crossfades für alle deine Schnitte oder viele Schnitte in deiner Region setzen möchtest, dann solltest du die Batch-Fade-Funktion nutzen. Und zwar markierst du dafür alle Regionen oder zumindest die Regionen, die du miteinander über Crossfades verbinden möchtest und dann gehst du hier auf den Inspektor. Hier hast du jetzt Fade-Out und darunter findest du den Typ. Und wir gehen jetzt hier von Out auf X-Crossfade wieder. Und wenn ich das jetzt hier für einen Schnitt einzeichne, dann wird er das für alle Schnitte machen und zwar so groß oder so breit, wie ich möchte. Kleiner Zusatztipp, du kannst hier die Zeiten von diesen Crossfades auch schnell verändern und zwar in Millisekunden. Und zwar, wenn du hier oben auf Fade-Out gehst, du siehst im Moment sind das hier 501. Wenn ich jetzt hier einen kleineren Wert eingebe, dann werden die Crossfades auf alle auf einmal kleiner oder kürzer, falls du jetzt immer die gleiche Zeit dafür brauchst. Also diese Option ist zwar kein automatischer Crossfade, aber trotzdem sehr, sehr nützlich, wenn du schnell mehrere Regionen über Crossfades verbinden möchtest. Kommen wir jetzt aber zu meines Erachtens schnellsten Weg, um Crossfades einzuzeichnen und das ist der Crossfades Shortcut. Du siehst hier also meine drei Schnitte und jetzt drücke ich einfach Ctrl-Option-X. Und jetzt siehst du, dass er mir überall hier Crossfades eingezeichnet hat. Ich habe jetzt alle Regionen markiert. Du siehst es hier, die sind ein bisschen klein. Und wenn wir jetzt wieder rüberschauen auf den Inspektor, dann siehst du, dass das 20 Millisekunden sind. Und das ist die Standardeinstellung dafür. Das Gute ist jetzt, wenn du die immer zu kurz findest, ist, dass du die Standardeinstellung auch verändern kannst, also diese 20 Millisekunden. Dazu gehst du hier einfach auf Logic Pro, Einstellungen, auf Audio und dann musst du schauen, dass du hier auch bearbeiten gehst. Und jetzt siehst du hier Crossfades für Zusammenführung und Take-Combing. Du kannst also die Crossfade-Dauer jetzt hier auch hochziehen, wenn du möchtest. Und eine größere Crossfade-Dauer zumindest für ein Projekt oder je nachdem, was du gerade hier bearbeitest, machen. Und die Kurve kannst du auch bearbeiten. Das ist eine Standardeinstellung, die dann für alle Crossfades hier gelten würde. Tatsächlich kennen viele diesen Crossfade-Shortcut nicht. Ich sage dir deswegen nochmal, Control Option X. Falls dir die Tipps bisher gefallen haben und du möchtest gerne weitere Logic-Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst, dann empfehle ich dir meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst, wie du schneller mit Logic arbeiten kannst und wie du Logic für dich einrichten kannst, sodass es genau zu dir passt. Habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Und jetzt gebe ich dir noch zwei nützliche Bonus-Tipps. Tipp Nummer 1, der geht jetzt nicht um Crossfades, aber um Fades. Und der ist, dass du dir Klickzonen anlegst für Fades. Wenn ich also jetzt hier einen Fade machen möchte, dann könnte ich jetzt hier, wie wir es am Anfang gesagt haben, den Shortcut benutzen, Shift-Control und könnte dann hier einen Fade-In oder einen Fade-Out anlegen. Tatsächlich muss ich dazu aber immer einen Shortcut drücken. Und wenn du das nicht möchtest, dann kannst du dir Klickzonen festlegen. Das bedeutet, dass wenn ich hier den Shortcut jetzt nicht drücke, macht er mir hier, siehst du, oh, wie geht das, trotzdem einen Fade-Out. Das geht recht einfach und zwar geht es auch wieder hier über Einstellungen. Und dann auf Allgemein und dann hier auf Bearbeitung. Und jetzt siehst du hier unten, Zeigerwerkzeug im Spurbereich bietet Klickzonen für Fade-Werkzeug. Das Häkchen hier musst du setzen. Wenn du das gesetzt hast, dann kannst du Fade-Ins und Fade-Outs einzeichnen und übrigens auch Crossfades, wenn du hier im oberen Drittel anpackst. Ja, im oberen Drittel. Ich habe hier als kleinerer Weiterzusatztipp auch noch eine Klickzone für das Marquee-Zeug festgelegt. Das heißt, wenn ich hier in die untere Hälfte gehe, dann siehst du, dass ich meine Maus zum Marquee-Tool wandle. Das heißt, da muss ich auch nicht umschalten, sondern das geht auch direkt. Also ich habe hier oben im oberen Drittel das Fade-Werkzeug eingeschaltet, ohne dass ich irgendwas zusätzlich drücken muss. Und hier unten mein Marquee-Tool. Und als ob das noch nicht genug wäre, möchte ich dir gerne noch einen weiteren Bonus-Tipp geben. Und zwar, wie du einen Crossfade verschieben kannst. Und zwar nicht nur den Crossfade, sondern den kompletten Schnitt. Wir werden jetzt den Crossfade hier verschieben. Aber nicht nur den Crossfade, sondern wir werden den kompletten Schnitt hiermit verschieben. Und das funktioniert, wenn du den Crossfade eingezeichnet hast, dann in die Mitte oder untere Hälfte der Region gehst und dann drückst. Und jetzt passt auf, was passiert. Jetzt verziehe ich nicht nur den Crossfade, sondern den kompletten Schnitt dorthin, wo ich möchte. Ich könnte jetzt also den Schnitt nach hier setzen. Genial, oder? Ich hoffe jetzt, ich konnte dir mit diesen Crossfade-Tipps weiterhelfen. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, ob du die alle gewusst hast oder ob ich vielleicht noch einen genialen Crossfade-Trick vergessen habe, weil es eine Technik ist, die tatsächlich auch wirklich wichtig ist und die du bei der Audiobearbeitung vor Mixing, also beim Editing, recht oft anwenden musst. Ansonsten, falls du weitere Logic-Tipps sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da habe ich über 200 Videos mit Logic-Tutorials drin. Das ist bestimmt auch was für dich dabei. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.